So, äh, hi zurück. Hallo. Oh, ich nehm den, weil der cooler ist. Guck mal, was der für ne Fresse hat. So wie ein Insekt oder so. Okay, ich bin drauf. So, was ist das? Du wolltest ja jetzt nach Christophsis. Genau, ich geh jetzt hier hoch. Oh, da ging es theoretisch weiter. Ja, ich weiß. Ich geh jetzt nach Christophsis. Und weg damit. Für die, die es lesen wollen, guckt euch was an. Guckt euch Clone Wars an. Wenn euch die Story interessiert. Das stimmt allerdings. Äh. Ob ich Obi-Wan bin? Ich denke schon, oder? Ich fürchte ja. Und du bist Anakin? Kann natürlich sein. Die Musik kriegt mir. Okay, ich bin Obi-Wan, du Anakin wecken? Nein, verdammt. Wollen wir tauschen? Nein. Ähm. Achso, man muss Macht machen. Macht mal Macht. Was ist das hier? Ähm, für kleine Leute. Mhm. Ich hab das gefunden. Cool. 1 von 10 hab ich gefunden. Ja, da achten wir dann drauf. Tschüss. Tschüss. Und jetzt? Ah, jetzt kommt das für dich. Und jetzt musst du wahrscheinlich das hier kaputt machen. Was? Ja. Jetzt schießt durch. Du bist Obi-Wan. Nein, äh, jetzt. Oh, Entschuldigung, ich hab. Ich dachte mir, ich mach mal zu. Ich hab zugemacht. 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 Steckdose. Äh, was? Zerstör mal diese Konsole da. Welche Konsole? Wo da steckt die Steckdose ein. Jetzt macht doch endlich, mach du dummer. Oh, jetzt. Boom. 2 von 10. Äh, können wir hier nicht mehr durch. Und können wir hier nicht mehr durch, Tim. Wodurch? Durch die Tür. Weil ich sie geschlossen hab? Oder welche Tür meinst du? Ach, ich hab den, äh, hab das Ding wieder rausgegeben. Ich prügele einfach mal auf den unsichtbaren Feind drauf, ja? Guter Plan. Oh, guck mal. Ist dir klar, dass dieses Level der unsichtbare Feind heißt? Nee. Warum ist das lustig? Weil du grad gesagt hast, ich prügele einfach mal auf den unsichtbaren Feind ein. Okay, ich komm mal mit. Wenn ich den Eingang finde. Sehr gut. Oh, ich will Kaffee trinken. Wieso bist du eigentlich nicht auf die Idee gekommen, die Türen mal zu schließen? Aha, weil man sie nicht schließen kann. Reicht das? Aber die hier kann man schließen. Ich will dich abknümmeln. Chill. Soll ich aufhören? Ja, ich nehme dir jetzt nämlich den Strom. Oh. Verteidige mal da hinten. Ähm. Oh ja. Wieso hast du mir den Strom genommen? Um weiterzukommen. Ach, du bist doch ein Arschgeide. Ein Arschgeide vor allem. Deutsch für Pros und so. Och nein, nicht hier. Dieses Ads-Level. So, jetzt hat man diesen Hut. Und darf nicht mehr getroffen werden. Und ich habe vergessen, was man mit dem Hut machen muss. Fuck. Such doch erst. Weil, was man... Wieso kann ich den nicht töten? Guck mal. Tim, ich will immer weiter auf den einen. Wieso kann man diesen blauen Typen nicht töten, Tim? Ähm. Weil ich seinen Kopf hab. Kannst du mal irgendwie suchen, wo der Dingens ist? Dafür? Nee, genau. Wir müssen die Türen schließen. Irgendwie sowas war das. Alter, was sind das denn für Druiden-Armeen? Ja, das ist ein bisschen nervig. What are we supposed to do? Ich weiß es nicht. Der Sack hat seinen Kopf geklaut. Alter, da kommen immer mehr raus. Okay, lass erst mal gucken, was wir tun müssen. Guck mal, da kommt... Ach, da muss man alles aufbauen. Ah, das muss man tun. Mach du mal die anderen K.O. Mach ich. Oh ja, nice. Okay, Tim. Schießt damit auf die, auf die, auf die, auf die Kanonen, die das Schild in Schach halten. Äh, ich bin tot. Oder man kann nicht mehr. Wo ist der Kopf von dem Kerl? Da, ich hab ihn. Ist es schon K.O. oder muss ich noch mehr schießen? Ah, was klaut der sich immer seinen Kopf zurück? Mann. Nee, irgendwas fehlt noch. Irgendwo muss man hier hinter uns vielleicht. Nee. Hier hinten sind halt noch solche Teile. Weißt du? Warte mal, da hinten ist irgendwas. Nee, Kopfgeldjäger ist das. Ich verstehe gar nichts. Wer ist Cat Bane? Das ist der Kerl mit dem Hut und den roten Augen, wenn dir das irgendwas sagt. Nö. Ich fall immer wieder runter. Ich hab keinen Plan, was man machen muss. Wir müssen irgendwie noch mehr die Kanonen ausschalten. Moment. Moment. Oh, die Kanonen ausschalten. Hab ich dir eigentlich gesagt. Du hast gesagt, die Schildgenerator und ich dachte, die Teile... Ich hab ganz bestimmt nicht. Ja, du hast Schilde. Ganz bestimmt nicht. So, jetzt müssen wir uns den Kopf klauen. Werde ich. Jetzt schießt damit auf die, auf die, auf die, auf die Kanonen, die das Schild in Schach halten. Und dann kannst du in der Folge nachschauen, wer... ...Haha hat den Kopf klauen. Wo ist dieser Kerl? Wo ist der... Siehst du den irgendwo? Blau, oder? Ja. Er ist weg. Ah, warte, was ist das da oben? Ja, das ist das Teil, wo wir den Helm hinbringen müssen. Shit. Kopf eines Druiden. Ja, den, den ich die ganze Zeit geklaut hab. Aber er ist weg. Wo ist der? Okay, wir können, wir können, wir können, ähm... Ich hab ihn. Echt, wo? Hier, bei mir. Warte, machst du das, dann mach ich die Tür zu. Den klau ich ihm, den Kopf. Schaden nehmen und dann zum Kopf hingehen und B drücken. Wo ist der Top? Der ist schon längst weggeflogen. Aber ich seh ihn gerade nicht. Och, nö. Ich find den Kopf nicht mehr. Den Typen auch nicht. Gott, wie geht denn das? Ah, er hat seinen Kopf wieder da ranlegt. So, jetzt. Renn hin. Endlich. Und die, die, die Klonen lässt man da. Das war eine interessante Mission. Kennen die, die da schon oder noch nicht? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub schon, doch. Doch, doch. Was, noch nicht. War's noch nicht. Ich schnapp mir erst mal ein bisschen was in's Geld. Ich dachte mich kaputt, das mal. Sehr gut. Äh, hier hoch vielleicht? Ja, puzzeln halt. Aha. Ich mach mal hier, ich mach mal mein Zeug. Und im Weg, im Weg, im Weg, im Weg. Nichts. Haben wir ein C3-Pier oder was? Alright. Nee, noch nicht. Warte, guck mal, was hier hinten ist. Wo? Nichts. Achso, da kommt man nicht hin. Rein mit dir. Ja, mein Meister. Jetzt kommt der Kampf. Gegen? Warte. Punkte, 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 Punkte. Warte. Erstmal alles schrotten. Ja. Wollte ich gerade sagen. Mach mal Lichtschwertwurf gegen die. Gibt's das? Warte kurz. Die ist mich grad am angreifen. Deswegen. Ich muss doch experimenten. Nee, das geht nicht. Doch, das geht. Cool. Aber ja, ich helf dir gleich. Irgendwann. Danke. Ich hab mich nämlich schon zweimal verurteilt, glaub. Muss halt besser aufpassen. Schlage Lichtschwert auf Ventures Hand in dem. Ah. Meins. Du Wichser. Nö. Ich nehm. Als ob ich das gegen die jetzt benutze. Das musst du, glaub ich, aber. Ja, ich weiß. Aber mach ich gleich. Du Wichser, echt. Beschäftige sie. Ich hab die kaputt gemacht. Und du, äh. Nein, die nehm ich, Junge. Ja, jetzt lass mich doch mal. Ich hab jetzt. Mach du mal was. Ich komme jetzt. Die benutzt die Macht gegen mich immer wieder. Oh ja, das ist hinterhältig. Danke. Yeah. Jetzt klaut sie durch. Das Schwert. Genau. Natürlich. Ich. Und jetzt musst du das machen. Nein, nein. Wo ist meins? Nimm du. Wo ist meins? Ich hab's nicht. Das ist ganz unten wahrscheinlich. Dann hol ich's halt. Ach, du bist so ein Wichser echt. Ja, jetzt hab ich zwei Lichtschwerter. Haben die es im Film auch so gemacht? Oder ich weiß es nicht. Ach, Wichser, echt. Warte halt. Warte halt. Du musst das Zeug zurückwerfen. Ach so. Ich dachte, ich müsste hochgehen, um das Zeug zu sammeln. Nein. Das war ich jetzt einfach. Doch. Das war ich. Das war's. Und nochmal. Komm, nochmal. 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 Das sind wir, glaube ich, beide immer. Tschüss. Komm, komm. Noch ganz schnell. Noch einmal, Tim. Mit vereinter Power. What a challenge. Nochmal? Verpisst du sich einfach. Verpisst du sich. Ganz einfach. Hat er das von Quai-Gon-Chain gemacht? Oh, alles kaputt machen, schnell. Wirft sie jetzt damit. Ja. Du kannst dich mit ihm kümmern, ne? Ja, ja. Sammel du Punkte. Boah, in diesem Level kann man ja so viel Kohle sammeln. Oh, ja. Noch nicht kaputt machen, komm, jetzt helf mal. Egal, ob du uns kriegst. So bekommen wir mehr Kohle. Ja, ich schalte die nur immer kurz aus. Wir haben sieben von zehn Kanistern. Das ist gar nicht so schlecht. Außerdem ist er kein Bokula. Okay, jetzt aber. Wieso? Wir haben noch nicht volle Jedi-Power. Ja, weil wir müssen trotzdem mal langsam. Hey, was muss ich mit dem Buch machen? Ah, geil, wir rühren mit dem Buchschleudern hin. Die auf dem Boden liegen. Ah. Guck, warte. Shit. Warte. Ah, wir können die Bücher kaputt machen. Und sich selbst. Wieso sieht der Schwertkampf in Clone Wars eigentlich besser aus als in Battlefront? Das ist eigentlich traurig. Das ist tatsächlich, oder? Weil es in Battlefront keinen 1 gegen 1 Schwertkampf gibt. Ja, das stimmt. Und es auch irgendwie nicht darauf ausgelegt ist, ne? Warte, stell dich mal da. Oh, doch nicht. Das bringt nochmal irgendwas anderes. Though I don't know what. Jetzt haben wir Varei Jedi, komm. Das können wir, so können wir aufhören. Ich glaube auch, dass wir es schaffen. Und Knall. Das wusstest du. Ich habe irgendwie da mit gerechnet. Nein, wir müssen hier, äh, ranpuzzeln. Da kommt noch eins, komm. Bist du das? Du bist das. Ich war drauf gelandet und dann schiebt sie mich nochmal weg. Oh. Tschüss, Tim. Hä, wieso bin ich jetzt noch einmal hier oben? Teleportation. Jetzt kommt der fette Boss weit. Der Boss ist nicht. Weißt du schon, was wir machen? Ne, ich habe es vergessen. Mit dem Lichtschwert anvisieren. Ah, mach du mal grad, der verfolgt mich. Und jetzt? Jetzt tut er irgendwas. Habe ich schon geworfen? Oder ich hatte es geworfen, bis er mich K.O. geschlafen hat. Oh, shit. Komm, nochmal. Ralsche Taste. Hast du es? Nö. Doch, irgendwas hast du. Ich tue nur so. Äh, der hat mich kaputt gestampft. Der willse. Oh, warte mal. Vielleicht können wir hier irgendwas... Hä? Genau das. Ich habe irgendeine... Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Hat es sich selber kaputt gespringt? Hä, nein, du hast das gemacht. Ich denke, der hat auf sich selber geschossen. Ach so. Aufs Bein schlagen. Oder nicht? Ne, das war nicht Sinn der Sache. Ähm. Bin ich grad zu flüht, oder? Bin ich zu flüht? Ich verstehe es grad nicht. Tut mir leid. Warte, 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 warte. Verdammt. Ähm, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Warte, vielleicht... Nein. Ah, doch. Jetzt, 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 da war was. Ah, das. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. Aber dafür brauchen wir die SKDs, oder? Ja. Oder die Druiden draufschmeißen. Ach, sieh, das ist gut, das. Du sagst dir lieber nochmal ein SKD. Ja, wenn ich nicht gleich bei... ...gastet ihr mitgekommen. Oh, das macht doch nichts, da war irgendwas im Hintergrund. Aber da war grad irgendwas. Ja, im Hintergrund hat er was kaputt gemacht. Ich schicke da nichts. Oh, ich glaub, man hätte einfach draufholzen sollen. Wo? Mach du das. Aufs Bein? Ja, nein, da war... Ah, shit. Mach nochmal aufs Bein drauf. Oh, mein armer, kleiner Roboter. Hinterher. Das haben wir selber gemacht. Und wir sterben. Oh. Ja, sie zieht mich. Ja, was macht denn das? SKDs wegschmeißen bringt Punkte. Ja, komm, lass mich doch mal. Warte noch. Wir müssen die Dinger zurückwerfen. Wir müssen vor allem SKDs werfen. Mach du einfach mal. Komm schon. Wo ist du? Wir waren da. Ich glaub, das war ich. Das glaubst du. Das war ich. Das glaubst du. Läuft. Yeah. Das sieht ein bisschen aus... Nein, doch nicht. So geht das. Denken die, die ist tot oder wie? Nö. Wir sind gekommen. Wir waren 2 gegen 1 und wir haben verloren. Wir haben sie nicht wiederbekommen. Und jetzt wird sie auch noch von ihren Droiden gemobbt. Und das war's mit dieser Folge.